Nichts kannst du gar nicht essen. Ja, hab ich grad gemerkt. Yeah. Ist das geil, ich muss mir erstmal was zu essen machen. Skelette nervt nicht, ey. Ja ja. Da haben wir noch Klocken. Na Zombies? Mmmmm. Oh mein, die erschwert das gleiche Marge. Was hab ich denn? Das war das Beliegeschwert. nur mit schärfe 4 ja wie gesagt, das bessere Schwert fehlt bei mir das ist weg überhaupt das ist das hat er noch zerstört gehabt beim letzten mal ich brauch nur ein Schwert, was Verbrennung und Looting hat und Schärfe aber das kam ich zur Not auf ein Buch oder so, auf ein altes Schwert hab ich das auch noch ja aber ich guck mal ob ich vielleicht nicht doch noch mal mehr ich gucke ob ich da ne bei den Drachen nützt das nichts wenn ein Flame drauf ist, oder? bei... das weiß ich gar nicht, ich glaube das ist doch das ganze machen na doch das nützt was, stimmt doch stimmt ja ich mach mir mal grad so ein, dass es stimmt und das... bäh nein ach ja, da ist ein Creeper am Arsch kleben und... hätte erst ein Creeper am Arsch kleben und dann hatte ich irgendwann so ein Skelett aber hier... relativ egal hier liegen doch überall so Fahrungspunkte rum sagen wir gleich mal mit ein ja relativ 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 hier relativ egal ich weiß gar nicht was hier im Modus... ach ja ist ja auch klar warum mach ich denn auch schwer hier also ne was ich auch nicht das wäre schon mal noch um Köpfe zu kriegen ach ja da war ja was ich auch beim Enderman hätte ich Probleme gehabt weil die sind... auf Hardcore sind die schon schwer ok ich bin ja schon mal auf 1.8 gespannt ne mit den neuen Level... Level Ideen so ja wo du die Welt richtig zusammenstellen kannst wie du willst das wird bestimmt ne ja ich muss mich gerade... konzentrieren ich habe mich grad... kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht, kannst du nicht doch ne Alter, wo kommen die ganzen Creeper jetzt her verpisst euch doch einfach mal vor einem Moment mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ? Das waren, 2 für 5 Beute davon, hab ich alle in ne Schüssel gekippt. Jaa ... die hast du denn alle weg? Nöööööö, noch nicht. Warte noch n bitte. Gibt Kohle! Kohleblock ... naja, stecken wir dich da rein. Ist ja billiger Kohleblock, also ... Was ist das denn? Schauwom was meines ... Ach, ich hab das Schwert in die Ender Chess getan. Seh ich gerade. Ja, ich hab das beim letzten Mal in die Ender Chess getan, extra. Und nur mein Sharpness 1 und dann Braking 1 mitgenommen. Reicht ja vollkommen. Um einfach mal so einen Monter zu klatschen. Oh, wird doch mal dunkel. Mann, ey. Hey, willst du der Hell? Das ist schrecklicher. Gerade, dass man sich nicht zum Bett machen kann, wo man die Nacht herbeirufen kann. Das hätte auch was. Mini-Zombie! Dass dann dadurch die Monster natürlich ein bisschen schwerer werden, ne? Als so ein kleiner Nebeneffekt. Da tauchen viele Zombies, äh, viele, äh, Dinge auf, die Verzauberung haben oder so hat. Ja, und dass die überhaupt ein bisschen schwerer sind für keinen. Ja. Das wär ja eigentlich nicht schlecht so ne Idee, Mann. Das wir halt mal eine normale Stufe haben, die du als so eingestellt hast. Wenn du schon auf schwer spielst, dass die ja wirklich Hardcore werden die Dinger. Ja. Wenn du auf einfach spielst. Das wär mies. Das wär mies. Ja, warum? Ja. Das wär mies, aber trotzdem geil. Dann würdest du trotzdem nicht immer so oft machen mit dem Bett. Naja, deswegen... Weil du weißt, hm, ja, es ist schon schwerer, aber komm, machen wir das trotzdem mal jetzt. Ja, ich hab auch noch kaum Eisenrüstung. Ja, die nutze ich jetzt einfach so, gegen die Viecher zu klappen. Reicht vollkommen. Diamanten, Redstone, muss ich auch noch was machen. Was meint ihr mit Redstone, ey? Ja, ja. So ist das Flash. Noch ein Mehl. Ich brauch eine Hühnerfarm. Ja, genau. Du hast es erkannt. Ich brauch eine Hühnerfarm. Das wär sinnvoll, normalerweise. So. Heil. Komm. Die kaputte Schmutter hier einfach ins Wasser rein. Zack. Oh, ich hab noch etwas Holz. Ich glaub es nicht. Dann. Junge weg. Die vergifte Kartoffeln. Dann ernte ich mal noch mal ein bisschen Kartoffeln. Solange es nicht dunkel ist. Dann kann ich noch mal Kartoffeln breiten und dann krieg ich auch noch mal so EP. Man muss echt alles ausschöpfen, was man kann. Naja. Um EP zu kriegen. Oh, hier noch ein Ding hin. Zack. Ach komm, hier. Komm. Cobblestones. Hab ich denn irgendwo Eier? Für diesen neuen Level Editor, ne? Da kannst du ja auch irgendwie voll die Insel mitmachen und alles, ne? Okay. Weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Oh, jetzt bin ich so gehört. Hast du das hier vorhin sagt das Video gesehen mit dem Archimedes Schiff? Ne. Und dann kannst du mit dem Mod richtig Schiffe bauen, wie du willst und dann kannst du das auch steuern. Okay. Okay. Das ist egal, wie du das baust. Du kannst das trotzdem steuern. Ja, aber ich habe nicht gut. Normale Schiffe oder so eine Flugschiffe. Auf jeden Fall, was der Mod ist geil. Na ja. Na ja. Das ist echt nicht schlecht. Vielleicht überleben wir ja noch die 1.8. Können wir updaten oder sowas. Du meinst, dass wir dann einfach Spark Challenge auf 1.8 bei der 2.8. Mh. All dann verzauberte Skelett im Höllenportal dran. Yay. Ich habe gerade einen Schluck getrunken. Ich sag zum Kotzen. Mh. Ich nehme mal vor, sie wird das Schwert hier mit. Dunkel. Yay. Nochmal die ganzen Kartoffeln ernten. So, ich versuche mir jetzt die paar Hühnchen zu holen, damit er mir Pfeile immer machen kann. Mach das. So, nochmal Kartoffeln pflanzen. Zack, zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. So. Stehe dann da rein. Boah ey, der ist immer noch am Kartoffeln backen. Boah ey. Ach, ich müsste auch mal das Eis und so jetzt ablegen. Dann gehe ich mal gleich wieder Monster treten. Monster in die Fresse treten. Oh, da unten ist noch so viel neder Quarz. Ne, jetzt nicht. Keine Zeit. Ne, wieso nicht? Ne, ich will Hühnchen haben. Yay. Boah, wieso habe ich so viel Mist eigentlich dabei? Weiß ich nicht. Naja. Egal. Ja. So extrem viel Mist ist es nur noch nicht. Ich hasse schon Gast, ich höre schon wieder. Ja. Ich weiß auch nicht wo es ist. Hi Sammy. Ich glaube ich mein zweites Portal reinkommen ist das alles okay. Mhm. Ach ja. Ja. Weil die werden eher Hühner sein. Hätte ich nämlich gerne einmal. Boah, 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 boah. Peierchen. Ey Kripa. Ey Kripa. Ey Kripa. Oh, wir haben noch Äpfel. 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 Die kann man mitnehmen. Ja, kann man auch. Du kannst die Golden Apple drauf machen. Genau das habe ich dann vor Saku. Ja, ey. Komm mal hier. Step Zombie. Enderman, komm mal her. Komm her. So, ein bisschen Holz bräuchte ich auch. Du meinst ein dummer zweiter Enderman da ist mal ins Wasser getreten. Oh. Komm her Enderman. Ja, so dass die Zombies sich anbrennen können. Hm. Das ist mies, ja. Komm her Enderman. Oh, da steht immer noch so eine Tuch da drüben rum. Der will halt nicht. Zombie, sterb, sterb. Komm her. Sieht doch schon angeguckt. Oh, der will einfach nicht. Nee, merke ich schon. Keiner mag mich. Nee. Merkste? Keiner mag die. Ja, tu mich auch. Hey Zombie. Das ist geil du. Die Zombies kommen die nächsten angelatscht. Ja, das ist halt geil daran. Du bist so doof Enderman, ehrlich. Der läuft auf mich jetzt so und rennt ins Wasser rein. Voll die Matschspier, ne? Ja. Deswegen nehme ich auch mit ins Potter. Ich weiß gar nicht wie die Kürbis hier sind, wenn die aufsetzt. Das habe ich noch gar nicht geguckt. Auf jeden Fall nehme ich da ein Wasser. Einen Eimer Wasser. Okay. Und, äh, den Kürbiskopf. Jawohl, da sind Hähnchen. Hier sind Hähnchen. Hier sind Hähnchen. Bevor da mit dem Server war. Das erstmal die, das Spawn gebaut wird und alles. Weil die Spielerdateien bleiben diesmal. Das ist doch schon gut. Da haben wir erstmal voll viele Endebellen gefarmt. Jetzt will ich überlegen, kriege ich wohl die Hähnchen mit ins Portal rein? Also nicht. Müsste ne Option sein. Weil die will ich unbedingt mal mitnehmen. Komm mal her. Weiß nicht, ob das geht. Ich probier's aus. Hey Spider, komm her. Komm her. Ja. 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 So, Hähnchen, komm mal bitte mit. Oh, hier sind paar Setzlinge. Hähnchen, die müssen wir noch einsammeln, die Setzlinge, im Moment. Oh Mann ey. Das Skelett. Du scheiß Mistvieh. Das drück ich mir einfach nur selbst die Daumen, dass es funktioniert. Und dann rennt das dämliche Mistvieh auch noch in den Kaktus ein. Dämliche Skelette. Komm her. Komm in der man. Oh, Hähnchen springen. Mensch, bist du blöd. Naja. Hi Enderman. Hast du schonmal bei, ähm, hier Attack the B Team, ne? Was du da sowieso zockst. Ja. Hast du da schonmal die Gersteninseln gefunden? Nö. Alter, die sind da voll geil. Ich hab hier schon ein bisschen nicht mehr gezockt. Okay. Ein bisschen länger schon nicht mehr. Weil ich das so eher für zwischendurch doch mache. Die ganze Zeit erzählt mir ja nur, bockt alleine nicht so wirklich. Merke ich hier. Okay. Ich muss glaube ich euch. Ich weiß, warum ich das eine Zeit lang nicht mehr gemacht habe. Weil es echt nicht so wirklich bockt. Alleine irgendwas zu zocken. Kennst du aber auch, ne? Äh, ja. Ich weiß noch nicht, was ich als Projekt mache, deswegen. U-Mm. Mhm. Ey, du hast einen verzauerten Bogen. Den gibst du mir jetzt auch anders. Hallo, Hühnchen! Och, f*** ich. Hühnchen. kommentieren hin kommt es geläte es gelät hallo was fällt dir ein auf mich zu schießen hallo da kommt noch ein creeper der macht vom hündchen ein da total einmal hündchen drinnen hündchen geh rein hündchen geh rein hündchen nein hündchen hallo ich habe ich dir gesagt auf mein bett nein hündchen nein komm schon doch auf dem bett auf dem bett nein muss nur ins portal rein schubsen da geht das so ist dein ernst hündchen also durch das eine hündchen da vom bett runter geht das andere darauf weil die beschissen oder was genau geht um das portal und sie weißt du doch wo ich muss nur warten dass ich mir regeneriert hündchen kommt mit ich kenne ihn mal zur ganze zeit auch schon normal neiiiiiiiinnn alles gelötter sexy du 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 das müssen wir ändern hier hier müsste der hall rüber kommen kommt er mich kaum hündchen nein nicht in die lava komm ich guck mal wo deine freunde sind wo sind die denn jetzt hingegangen ja 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 sind deine hündchen freundin gegangen komm komm schnell zumbild hündchen freunde ja 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 Lalalalalalalalalalalala